Und er sagt, in der Halbzeit meiner Gefangenschaft hat man mich rausgeworfen aus dem Gefängnis und gesagt, du gehst jetzt heim, ansonsten bekehrst du uns noch das ganze Gefängnis. Herzlich Willkommen im Open-Doors-Hoffnungszentrum für verfolgte Christen. Ich freue mich so sehr heute auf den zweiten Teil über Usbekistan mit Peter Siemens. Das letzte Mal war eine so berührende Geschichte. Ich habe noch so drüber nachgedacht und bin schon sehr gespannt, was es heute zu hören gibt. Peter, danke dir, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute da sein darf. Peter, du hast so einen reichen Fundus, einen reichen Schatz an Geschichten. Und es sind nicht einfach Geschichten, die du gelesen hast. Es sind Geschichten, die du erlebt hast. Es sind Personen, die du getroffen hast, die du umarmt hast, mit denen du geweint und gelacht hast. Und in Usbekistan gibt es Menschen, die aus muslimischem Hintergrund zu Jesus finden. Und ich würde gerne noch eine weitere Geschichte von dir darüber hören. Niki, darf ich eine Vorbemerkung vorausschicken? Die Geschichten, die wir Open-Doors-Mitarbeiter erzählen, sind oft wirklich sehr emotional. Uns liegt es wirklich fern, über Emotionen zu arbeiten. Aber wir haben es mit Verfolgung zu tun. Und wenn wir verfolgte Geschwister besuchen und sie uns davon erzählen, was es gekostet, Jesus nachzufolgen, ist das emotional. Und wir möchten gerne Brückenbauer sein zwischen uns heute hier, die wir in einer völlig anderen Lebenswirklichkeit daheim sind und unseren Geschwistern, die oft sozusagen Lichtjahre von unserer Wirklichkeit wechseln. Beides miteinander zu verbinden und zwar nicht nur rein informativ. Das könnte man mit einem Flyer machen, aber wir möchten gerne Herzen verbinden. Und das ist eine Herzensangelegenheit und deswegen berührt es unsere Herzen. So wie du gerade gesagt hast, es berührt mich selbst auch immer wieder, wenn ich solche Geschichten erzähle. Ja, danke dir sehr. Und es ist für mich auch immer sehr spannend zu sehen, wie eben jetzt zum Beispiel in Usbekistan, es gibt ja alle möglichen Glaubenshintergründe, Menschen, die wir treffen auf der ganzen Welt. Aber Usbekistan ist eben hauptsächlich muslimischer Hintergrund, aus dem Menschen zu Jesus finden und wo es dann auch Probleme gibt und wo die Welten aufeinander prallen. Und hast du eine Geschichte, von der du sagst, da sind wirklich Welten aufeinander geprallt? Ja, wir waren dort und haben immer wieder auch Geschwister getroffen, die sozusagen im Reich Gottes in der ersten Linie stehen. Das sind die Verantwortung tragen fürs Reich Gottes, für die Gemeinde, für Einzelmitglieder, für ihre Familien. Und die eine Geschichte, die ist mir wirklich sehr hängen geblieben. Wenn ich das jetzt in Russisch sagen würde, die Geschichte von Batia, also wer jetzt uns sieht und Russisch kann, weiß, Batia ist ein Synonym für einen Menschen, der im Gefängnis Autorität ist. Okay. Absolute Autorität ist und hat und ganz oft so etwas wie ein Bindeglied ist zwischen der Gefängnisverwaltung und den Gefangenen. Er stellt die Verbindung her, damit die Strukturen auch funktionieren. Das wissen beide Seiten und nehmen darauf Rücksicht. Die Geschichte von Batia. Batia, wo wir uns kennengelernt haben, war 32. Zu dem Zeitpunkt hat er 16 Jahre im Gefängnis verbracht. Also die Hälfte seines Lebens. Kein Christ. Kein Christ, hat muslimischen Hintergrund, hat sich in jungen Jahren irgendwo im Teeniealter hat er sich im Rahmen von Stadtviertelbanden, hat er sich da integriert und hat sich da hochgearbeitet und war sozusagen Anführer einer Bande, die dann letztendlich in Usbekistan bekannt wurde. Und er hatte einen Namen und mit diesem Namen hat man sozusagen viele Verbrechen verbunden. Aufbrüche in Häusern, Autodiebstahl, Autos wurden entwendet, mit vorgehaltener Waffe einfach das Autor samt Schlüssel weggenommen und den Menschen darauf verpflichtet, ganz einfach zu schweigen. Schwere Verbrechen begangen. Sie sind von Dorf zu Dorf, von Ort zu Ort gezogen, haben Häuser, Wohnungen aufgebrochen, Wertsachen entwendet und man ahnte, das ist diese Bande und man tat gut daran, zum Beispiel diesen Aufbruch gar nicht zu melden, weil man Angst hatte. Batia wurde verhaftet, kam ins Gefängnis, hat fünf Jahre abgesessen, kam wieder raus, aber diese Gefängnisse sind ja nicht geeignet, einen Menschen zu verändern. Er kommt raus, seine Kumpels warten auf ihn, freuen sich, dass er wieder draußen ist. Aber inzwischen war er am Ende dieser fünf Jahre Autorität im Gefängnis. Er kam raus, sie haben weiter Einbrüche gemacht, haben einmal Geiseln genommen mit Waffengewalt, dafür kam er wieder ins Gefängnis, bekam dieses Mal sechs Jahre Gefängnis, kam rein und dann hieß es im Gefängnis, Batia, Väterchen ist wieder da. Auf meine Frage, was musst du so im Gefängnis arbeiten? Weil man weiß, im Gefängnis müssen die Leute schwer arbeiten. Er sagte, Batia muss nicht arbeiten. Ach so. Und wie war das mit Essen und Trinken und so, war das ausreichend? Er sagte, Peter, Batia, Väterchen kriegst sein Essen aus der Kantine. Das war seine Position, absolute Autorität. Und wenn die Gefängnisverwaltung etwas erreichen wollte im Gefängnis, man gewinnt dafür den Batia. Der verklickert den anderen und umgekehrt auch so. So funktionieren die Zahnrädchen im Gefängnis. Was übrigens auch ein guter Hinweis darauf ist, wenn Christen im Gefängnis sind, dass sie auch unter diesen Gesetzmäßigkeiten zu leiden haben und ganz schön unterworfen werden unter Umständen. Ja, weil sie bei vielen Dingen einfach nicht, zum Beispiel nicht mitmachen. Klar. Aus gewissen Gründen oder aus juristischen Gründen machen sie bei vielen Dingen nicht mit und geraten dort im Gefängnis nochmal sozusagen zwischen die Zahnräder. Genau, aber das ist nur Klammer zu, es hat mich nur gerade darauf gebracht. Aber es ist tatsächlich so. Batia kommt raus und sie machen weiter Einbrüche. Batia wird zum dritten Mal verhaftet, kommt ins Gefängnis und dort wird ein Gottesdienst angeboten vom AVC, AVC, Aktionskomitee für folgte Christen, hier bei uns in Deutschland ansässig. Die machen zu der Zeit in usbikischen Gefängnissen, machen sie Gefängnisarbeit, wie wir das bei uns ja auch kennen. Batia geht dorthin und hört zum ersten Mal im Leben von Jesus. Und das wird auf den Punkt gebracht, in dem gesagt wird, liebe Leute, ihr seid nicht nur deswegen Verbrecher hier im Gefängnis, weil ihr die Staatsgesetze übertreten habt, sondern weil ihr Gottesgebote übertreten habt. Das ist die tiefere Ursache dafür, dass wir heute hier miteinander sind. Batia geht in seine Zelle. Das bewegt ihn. Und so wie er erzählt, sagt er, ich habe in dieser Nacht einen Traum. Ich habe einen Traum, ich bin irgendwo auf einer Klippe und ich stürze ab. Und ich stürze ab und ich falle und falle und versuche im Traum, um Hilfe zu rufen, kriege keinen Ton raus, greife nach irgendwas Greifbarem und kann mich an nichts festhalten und die Falle immer tiefer und tiefer. Und plötzlich kommt eine Hand und hält mich auf. Und sagt er, darüber bin ich aufgewacht. Und in dem Augenblick wusste ich, diese Hand ist Jesus. Und dann bin ich dort in meiner Zelle auf die Knie gegangen und habe vorm lieben Gott Buße getan für all die Dinge, die ich verbrochen habe. Und am nächsten Morgen bin ich in der Kantine aufgestanden. Und er sagt, wenn Batia aufsteht, schweigen alle. Da habe ich gesagt, Leute, Freunde, Kollegen, wie auch immer, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ich habe heute eine Begegnung mit Jesus erlebt. Und habe denen dort in der Kantine erzählt, wie Jesus mir begegnet ist. Faszinierend. Und er sagt, ich war so erfüllt von der Gewissheit, von Gottes Gegenwart, dass Jesus für mich gestorben ist, dass Jesus für uns gestorben ist, dass wir alle Buße tun müssen. Er sagt, ich habe da vorne gestanden und habe denen von Jesus gepredigt. Batia gestern und batia heute. Das ist so wie Saulus zu Paulus. Einer, der sozusagen durch eine Berührung, durch eine Begegnung mit Jesus, ich will nicht sagen, auf den Kopf gestellt wird, aber wieder auf die Beine gestellt wird. Er sagt, dann habe ich denen von Jesus erzählt. Und dann kamen die Leute vom AVC wieder, wieder einen Gottesdienst angeboten. Da habe ich gesagt, Leute, da müssen wir alle hin. Da sind Batia sagt, dann gehen alle zum Gottesdienst, sitzen alle da. Da hat sich der Zweite bekehrt, der Dritte und der Vierte. Dann habe ich Schulungsmaterialien bekommen über Jesus. Habe ich das gelernt. Und dann habe ich da im Gefängnis meinen Mitgefangenen von Jesus erzählt. Immer mehr und mehr. Und er sagt, in der Halbzeit meiner Gefangenschaft hat man mich rausgeworfen aus dem Gefängnis und gesagt, du gehst jetzt heim, ansonsten bekehrst du uns noch das ganze Gefängnis. So er sagt, da bin ich rausgekommen in der Halbzeit, der dritten Haftzeit. Und was macht man dann, wenn man, wie Jesus sagt, von Neuem geboren wird? Ein neuer Mensch. Der Alte ist ins Gefängnis gekommen, der Neue kommt. Was macht man? Batia sagt, ich habe eine nächste Tour gestartet durch all die Häuser und Dörfer und Wohnungen, wo wir eingebrochen sind. Und habe bei den Leuten angeklopft und habe geklingelt und habe gesagt, ich bin Batia. Und dann haben die sinngemäß gesagt, schere dich davon. Dann habe ich gesagt, ich bin ein neuer Mensch, ich möchte euch gerne um Vergebung bitten. Ich hätte dich sonst danach gefragt, aber das ist so faszinierend, wenn man erlebt, dass Menschen nicht nur sich bekehren und gut auch evangelisieren, aber dass sie dann gar nicht diese Schritte gehen, sich auch zu entschuldigen oder eine Wiedergutmachung zu starten. Und das ist wirklich sehr bemerkenswert. Denn ich empfinde schon oft, dass da so eine Scham dahinter ist, zu sagen, was habe ich alles gemacht, ich will am liebsten gar nicht mehr darüber reden. Ich glaube, dass das nochmal ein neuer Befreiungsschlag ist oder ein Weg in eine noch größere Freiheit, das dann zu machen. Das gehört zur Bereinigung, Bereinigung des Lebens. Nur haben sie es ihm denn geglaubt? Sie haben es ihm geglaubt. Er sagt, oft sind wir sozusagen übers Gartentor, haben wir miteinander geredet, und habe ich ihnen erzählt, dass ich Jesus in mein Leben aufgenommen habe, dass Jesus der Heiland ist, dass Jesus mir vergeben hat, dass ich ihm so dankbar bin. Deswegen komme ich. Ich kann es euch finanziell nicht oder noch nicht gut machen, aber ich bitte euch um Vergebung. Ich bitte, dass ihr mich entlastet. Und dann passierte es, dass die Leute gesagt haben, erzähl uns von diesem Jesus. Erzähl uns. Da habe ich ihm von Jesus erzählt, und dort am Gartentor haben wir uns niedergekniet. Und diese Menschen haben Jesus in ihr Leben aufgenommen, weil sie gesagt haben, wenn dieser Jesus den Barsher so verändern kann, der sprichwörtlich in aller Munde war als Schwerstverbrecher, dass der kommt und sich entschuldigt und uns von Jesus erzählt hat. Dann haben wir uns am Gartentor niedergekniet, da haben wir Jesus aufgenommen. Dann kamen die Mullers, im Begleiter von der Polizei, und haben mich des Ortes verwiesen. Dann bin ich in den nächsten Ort gegangen und in den nächsten Ort gegangen. Und dann kam es vor, dass wir im Ort, wir haben eine Holzkiste hingestellt und haben laut gerufen, Leute, wer möchte von Jesus hören? Kommt her! Dann kamen die Leute aus dem Ort. Dann haben wir denen dort auf dem Dorfplatz erzählt. Ich bin der Barsher, ich bin gekommen, nur weil ich von Jesus zu erzählen. Weißt du, das ist ein Grund, warum ich angefangen habe, für Open Doors zu arbeiten, weil ich gesehen habe, es ist eben für verfolgte Christen einzustehen, sich mit ihnen zu identifizieren und gleichzeitig das zu tun, damit sie anderen von Jesus erzählen. Das sind Orte, an die wir niemals kommen würden. Das sind Autoritäten, die wir niemals einnehmen könnten. Wenn so jemand dann das Evangelium weiterverbreitet, dann ist es ein Lauffeuer, oder? Vielfach wäre es wahrscheinlich auch so, dass wenn wir uns jetzt auf die Kiste stellen würden, würden sagen, Leute, kommt her, würden die sagen, ja, aber wenn sich so einer hinstellt, der dort zu Hause ist, der die Sprache spricht. Der Vater hat mich dann zu sich nach Hause genommen. Wir sind dann nachts durch Taschkent gefahren, durch die Stadt, und er hat mich zu sich genommen. Und ich war sehr, sehr erstaunt, als wir dorthin kamen, in die Gegend, wo er wohnte. Das war eine ehemalige Ölverarbeitungsraffinerie. Als die Russen abzogen aus Usbekistan, haben sie solche Raffinerien, solche großen Werke zerstört, kaputt gemacht. Alles, was man zu Hause gebrauchen konnte, mitgenommen. Wohnungen von Mitarbeitern sind stehen geblieben. Und da ist er in so eine Wohnung eingezogen, drei Zimmer, Küche und zwei Kinderzimmer. Er ist da eingezogen mit seinen vier Kindern. Und dann kam die Aufsichtsbehörde und hat gesagt, hier dürfen Sie nicht wohnen. Dann ist er zum Bürgermeister und hat gesagt, Bürgermeister, man sagt mir, ich darf dort nicht wohnen, hat der Bürgermeister gesagt, ich regle das. Er hat es geregelt. Er wohnt jetzt in dieser Dreizimmerwohnung. Und als wir dorthin kamen, ist da eine Frau, die sitzt in der Küche auf dem Sofa. Sagt er, das ist die Schwester sowieso, die wohnt hier. Ich sage, wo wohnt sie? Ja, hier auf dem Sofa. Und dann sind wir ins Kinderzimmer gegangen. Ich schätze, das war so irgendwo um die acht Quadratmeter. Hier, sagt er, wohnt eine Familie mit zwei Kindern. Ich sage, was heißt, die wohnen hier? Er sagt, das sind Menschen, die Jesus in ihr Leben aufgenommen haben. Und die leben zu Hause in Todesgefahr. Man hat gedroht, sie im Rahmen der Ehrenrettung des Clans zu bestrafen. Und dann erzählt er mir, ich habe meine Wohnung zum Zufluchtsort für solche Flüchtlinge erklärt. Sag ich, wo wohnst du denn? Ja. Er wohnt im zweiten Kinderzimmer. Acht Quadratmeter mit vier Kindern und Eltern. Und Eltern. Zugstockbetten für die Kinder und im Durchgang eine Matratze für das Ehepaar. Ach, Peter, komm. Es ist, weißt du, und dann sagen wir hier, ja, nach drei Tagen stinkt der Besuch oder so. Also das sind dann so Sprüche, da kommen wir ja gar nicht mehr mit. Ja. Oder wir sagen, nee, also fünf Zimmer, das ist zu klein, um ein paar Tage hier man wohnt. Ja. Es sind so andere Welten. Ja. Und wir reden dann auch mit dieser einer Schwester, die dort auf dem Sofa in der Küche wohnt. Ja. Privatsphäre, null. Im Minusbereich alles. Die andere Familie mit ihren Kindern da auf acht Quadratmeter, er mit seinem. Und dann fuhren wir zurück. Und ich sage, er hat seinen Vornamen. Ich spreche ihn an und sage, Batscha, wie macht ihr das eigentlich finanziell? Das sind kleine Kinder, die brauchen Pampers. Die brauchen Babynahrung, die brauchen Kleidung. Und wie macht ihr das finanziell? Wie hat ihr das geregelt? Und er hat ein bisschen nachgedacht. Dann sagt er, du, ich habe neulich mein Auto verkauft. Um das alles zu finanzieren? Er hat sein Auto verkauft, um diese Menschen zu finanzieren, die bei ihm im Haus Zuflucht gefunden haben, damit sie zu Hause einen nicht allzu hohen Preis zahlen müssen für ihre Liebe und Treue zu Jesus. Ich bin wirklich sprachlos. Weißt du, dieses von Saulus zu Paulus, das ist so ungewohnt, das in dieser Dimension zu sehen, die du gerade beschreibst. Denn es ist ja oft hierzulande so eine allmähliche Bekehrung von Überzeugungen. Und dann tut man mal mehr Gutes als sonst. Ich würde sagen, es ist so ein flacherer Bereich. Es ist etwas, also das, da kommen ja die seltensten. Die wenigsten hin. Ja, aber das ist, wenn Jesus in unser Leben kommt. Weißt du, ich habe dir irgendwann mal erzählt, wie wir als Familie zum Glauben an Jesus gekommen sind. So etwas Ähnliches. Eine radikale Lebensveränderung innerhalb eines Abends, innerhalb einer Nacht. Wenn Gott reinkommt, macht er, siehe, ich mache alles neu. Das Alte ist vergangen, ich mache alles neu. Da steht so ein Batscher da und sagt, ich habe mein Auto verkauft. Also, ich würde vorschlagen, dass du am Ende noch betest für uns, die wir das hören, weil wir Mut brauchen, Dinge abzulegen. Weil wir Mut brauchen, uns von ihnen anstecken zu lassen, unseren Geschwistern in der Verfolgung zu sagen, wir machen wirklich alles neu. Wir lassen alles neu gestalten von Jesus. Mache ich gerne. Danke. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir sehr herzlich für solche Vorbilder. Für Menschen, in deren Leben du hineingekommen bist und du hast wirklich harte, steinerne Herzen durch neue, fleischende ersetzt, die fähig sind, Liebe zu fühlen, zu spüren, die fähig sind zu lieben. Und nicht nur zu lieben, sondern die geben alles her für andere, damit es den anderen besser geht. Ich wünsche mir sehr, und das ist unser Gebet, dass du uns hier durch solche Beispiele lehrst, ermutigst, sättigst, dass du uns erfüllst mit der Sehnsucht, mit dem Wunsch und mit der Verwirklichung so zu leben, dass wir wirklich in ganzer, großer, liebevoller Hinwendung an dich, unseren Glauben, nein, unsere Gottesbeziehung, die Beziehung zu dir leben, dass das Früchte trägt, dass das sichtbar wird, erkennbar wird für viele, viele Menschen. Vielen Dank, Jesus, für unsere Schwestern und Brüder aus der Verfolgung. Amen. Amen. Peter, herzlichen Dank für dieses satte Beispiel von Gottes Wirken. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder Interesse zeigt und zuschaut, euch die Zeit nehmt, wünschen euch eine richtig gesegnete Woche, viel, viel Segen für euer Leben und sagen bis dann. Tschüss. Wollen auch Sie verfolgte Christen unterstützen? Werden Sie Open Doors Gebetspartner und erfahren Sie monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen. www.opendoors.de slash magazin Wollen oto Wollen lonely 12 2 3 4